holy shit man was geht denn ab hier yo leute was geht ab und willkommen zu einem neuen video und heute ist endlich wieder freitag und habe ich mir gedacht es ist wochenende da braucht ihr auf jeden fall ein video und erst mal habe ich eine ganz wichtige frage und zwar habe ich seit einigen tagen jetzt eine 400.000er leitung und wollte einfach fragen ob ihr bock darauf hättet dass ich einfach mal ein livestream auf twitch mache würde mich einfach mal interessieren eure meinung schreibt mir das gerne in die kommentare ob ihr darauf bock habt und ja dann werde ich das auf jeden fall einrichten und planen und das vielleicht am nächsten wochenende mal durch starten heute zu dem video erst mal werden wir versuchen die scampi challenge noch mal zu erspielen in team deathmatch letztes mal hat es ja nicht so ganz geklappt ich hatte ja den hater mit dabei ich bin natürlich eurem rat gefolgt und habe den jetzt mal nicht eingepackt werden mit dem geist mit den reps und mit der kl einheit spielen und mal schauen ob wir jetzt richtig korrekte lobby finden ja ich würde sagen wir sehen uns dann einfach in der runde so kombine ist am start wir haben den reiniger kein anderer hat den reiniger das ist perfekt und wir wollen jetzt wieder die scampi challenge heute versuchen vielleicht schaffen wir es ja heute ich bin wirklich gespannt wir werden heute mit der keinen spielen seht ihr hier mit großkaliber schafft und schnellen magazin die perks sind nachbrenner flinke hände und plünderer und ja jetzt spielen wir hier gegen drei leute erst mal ich denke mal da werden wir euch noch rein schauen aber jetzt müssen uns erstmal hier beeilen dass wir die hier weg holen können die ersten drei und unsere teammates nichts davon abbekommen machen wir schon mal den ersten der andere ist hier außen ich habe das gerade gesehen oder er muss hier irgendwo außen gewesen sein er läuft glaube ich hier rein jetzt ins haus ok nice den haben wir auf jeden fall gut weggeholt die müssten dahinten spawnen jetzt nein ist natürlich klar dass dann wieder einer kommt der irgendwie das aim des jahrtausends hat schade hätte so gut beginnen können die runde aber die ist ja noch lange nicht zu ende so jetzt gehen wir natürlich erst mal hier hoch da kommt einer wo sind die hinter uns gespawnt locker da war einer nice ok wo spawnen die jetzt das ist die große frage let's go erstmal außenrum hier ok der geist ist am start sehr geil wir dürfen nicht schauen jetzt kommt die kreinheit muss auch noch drin sein sehr schön ok da lag auf jeden fall so eine stolper falle die hasse ich ja wie die pest diese dinge hier ist irgendwo noch einer oh mein gott oh mein gott jetzt haben wir es aber nein ok wir sind gestorben ist nicht so schlimm wir haben aber 24 kills meine teammates haben noch nicht ganz so viele kills jetzt erstmal die kreinheit hier hinstellen komm schon jetzt macht ihr kills ihr streaks man ok hier sind sie nicht also meine teammates spawnen alle hier das ist perfekt jetzt können wir erstmal rüber gehen wieder kr regelt jetzt sehr geil na oh mein gott er hat da hinten mit der BRM gechillt krasser scheiß auf jeden fall ist es noch möglich wir haben jetzt 35 kills alter falter what aus dem nichts irgendwoher eine p06 wo hat er die denn her ok den sturm haben wir schon mal da und die kr hat das gemacht schön holy shit man was geht denn ab hier so wir haben den reiniger wieder nice komm schon kr jetzt gehen wir da rein ok 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 der geist ist wieder am start wir können das jetzt schaffen diesmal oh mein gott komm raps oh mein gott nein hätten wir die kr nochmal bekommen ah komm wir können das schaffen 20 kills so noch ah man nice nice komm schon man ich will es auch einfach nur schaffen wir holen sie jetzt alle komm schon alter 63 63 gibt noch 7 komm wir müssen einfach jeden kill machen jetzt oh mein gott komm noch vier ja noch einer komm schon ja wir haben es geschafft oh mein gott let's go alter dafür auf jeden fall 500 likes oder so das wäre so krass ich freue mich einfach mega wir haben hier einfach ein 71 zu 5 geschafft war mega krass joge ja ich würde sagen im zweiten anlauf mit der kn einfach nur krass ich bin so fertig jetzt gerade ich wünsche euch auf jeden fall noch ein wunderschönes wochenende und dafür müssen wir auf jeden fall jetzt hier einen krassen move machen ich weiß nicht welchen wir hier machen können aber einfach mega geil ja man ja in dem sinne sag ich einfach mal 5000 punkte 71 zu 5 kills ich weiß gar nicht ob wir hier auf einer nukleaire streak am anfang waren aber haut rein und bis zum nächsten mal ciao und bis zum nächsten mal